Was ist der Mensch? Teil 1 23. Wort Diese Abhandlung besteht aus zwei Kapiteln. Bismillahirrahmanirrahim Im Namen Allahs, des Erbarmers, des Barmherzigen. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Wahrhaftig, wir haben den Menschen erschaffen und ihm den höchsten Wert verliehen. Dann erniedrigen wir ihn zum Geringsten aller Geringen, ausgenommen diejenigen, die glauben und gute Werke tun. 1. Kapitel In den folgenden fünf Punkten werden wir nur fünf Werte des Glaubens unter Tausenden erklären. 1. Punkt Durch das Licht des Glaubens steigt der Mensch zur höchsten Höhe auf und erreicht einen Wert, der ihn für das Paradies qualifiziert. In der Dunkelheit des Unglaubens steigt er hinab zum Niedrigsten der Niedrigen und nimmt eine Form an, die ihn für die Hölle geeignet macht. Denn Glaube ist eine Beziehung, die den Menschen mit seinem erhabenen Meister verbindet. Der Wert des Menschen entsteht aus der göttlichen Kunst und den Ornamenten der Gottesnamen, die an ihm im Lichte des Glaubens beobachtet werden. Und Glaube trennt diese Verbindung, sodass die Kunst des Herrn nicht mehr sichtbar ist und der Wert des Menschen reduziert wird auf den Preis seiner bloßen physischen Existenz. Wobei diese physische Existenz des Menschen fast keinen Wert hat, denn sie besteht nur aus einem zeitlichen, vergänglichen und sterblichen tierischen Leben. Wir werden dies durch einen Vergleich erklären. Auch bei den von Menschenhand geschaffenen Kunstwerken unterscheidet sich der Materialwert vom Kunstwert. Zuweilen können beide wie gleich erscheinen. Zuweilen kann der Materialwert höher als der Kunstwert sein. Zuweilen geschieht es auch, dass man bei einem Materialwert von 5 Pfennig, zum Beispiel für Eisen, ein Kunstwerk im Werte von 5 Pfund entdeckt. Ja, zuweilen können Antiquitäten Millionen wert sein, während ihr Materialwert kaum 5 Pfennig beträgt. Bringt man solch ein antikes Kunstwerk zu einer Antiquitätenmesse, kann es für eine Million verkauft werden, wenn man es als Werk eines alten Meisters ausstellt. Wenn man dabei diesen begnadeten Künstler erwähnt, der es geschaffen hat. Andererseits bringt man es zum Schrotthändler. So kann es zum Preis vom 5 Pfennig als Eisen gekauft werden. In gleicher Weise ist der Mensch ein einzigartiges Kunstwerk Gottes, des Gerechten und das Eleganteste, gnadenvolle Wunder seinem macht. Da er den Menschen wie ein Welt im Kleinen erschuf und ihn zur Verkörperung der Erscheinigungen und Ornamente all seine Namen machte. Wenn das Licht des Glaubens in ihn einströmt, können all diese bedeutsamen Ornamente in ihm entziffert werden. Ein Gläubiger entziffert sie im Bewusstsein seines Verstandes. Und in dieser seiner Beziehung lässt er sie entziffern. Das heißt, die göttliche Kunst, die im Menschenwesen enthalten ist, manifestiert sich selbst durch solche Aussagen wie Ich bin das Werk des erhabenen Meisters, sein Geschöpf und die Verkörperung, seines Mitleids und seiner Freigebigkeit. Glaube besteht also in der Beziehung zum Meister. Offenbart die gesamten Kunstwerk im Menschen. Insoweit die göttliche Kunst im Menschen sichtbar wird, bestimmt sie des Menschen wert. Er entspricht dem Spiegelbild der Einzigartigkeit Gottes. So erhebt sich der Mensch aus seiner Bedeutungslosigkeit auf diese Weise über alle Geschöpfe zum Gesprächspartner Gottes und Gast des Herrn, würdig des Paradieses. Wenn der Unglaube, der im Abbruch dieser Beziehung besteht, in den Menschen eingeht, sinken alle diese bedeutsamen Ornamente der Gottesnamen ins Dunkel, können nicht mehr entziffert werden. Dann, wenn der Meister in Vergessenheit gerät, können auch die spirituellen Aspekte in ihrer Beziehung zum Meister nicht mehr verstanden werden. Es ist, als würde alles auf den Kopf gestellt. Viele bedeutsame und erhabene Künste und Ornamente des Geistes verbergen sich auf diese Weise. Ein Teil dessen, was übrig bleibt und mit den Augen wahrgenommen werden kann, wird geringfügigen Ursachen zugeschrieben, der Natur oder dem Zufall, verfällt schließlich. Obwohl jedes einzelne für sich ein funkelnder Diamant ist, erscheint es wie trübes Glas. Ihr Wert wird nur noch in der animalischen Substanz gesehen, aber Ziel und Ergebnis dieser Substanz ist, wie gesagt, ein Leben von sehr kurzer Dauer zu führen, unerheblich als das schwächste, hilfsbedürftigste und unglücklichste aller Tiere und am Ende zu verfallen und zu verwesen. So ruiniert Unglaube das Wesen des Menschen und verwandelt einen Diamanten in Kohle. Zweiter Punkt Der Glaube ist in gewisser Weise ein Licht. Er erleuchtet den Menschen, lässt alle die oben aufgeführten ewigen Briefe lesbar werden. Genauso erleuchtet er auch das Universum. Vergangene und zukünftige Zeiten werden aus der Dunkelheit errettet. Dies Geheimnis erklären wir durch ein Gleichnis, das ich in einer geistigen Schau in Bezug auf ein Geheimnis der erwürdigen Aya. Gesehen habe Es war dies wie folgt Allah ist der Freund der Gläubigen und führt sie aus der Finsternis in das Licht. In einer Schau, die ich erlebte, sah ich, zwei hohe Berge standen sich gegenüber. Zwischen ihnen war furchterregend eine Brücke gespannt, unter der Brücke eine tiefe, eingeschnittene Klamm. Ich befand mich auf dieser Brücke und die Welt lag in dichter Finsternis, dunkel ringsumher. Ich schaute nach rechts. In unendlicher Finsternis erblickte ich einen großen Grabmal. Das heißt, es tauchte aus meiner Fantasie auf. Ich schaute nach links. Es war, als erblickte ich riesige Stürme inmitten fürchterlicher Wellen vom Finsternis. Unruhen und heraufziehende Katastrophen. Ich schaute von der Brücke hinunter. Ich meinte, einen sehr tiefen Abgrund zu erblicken. Gegen diese schreckliche Finsternis hatte ich nur eine schwache Taschenlampe. Ich schaltete sie ein, schaute mich in ihrem Zwielicht um. Eine ganz fürchterliche Situation tauchte vor mir auf. Ja, sogar vor mir auf dem Brückenkopf und darum herum wurden schreckliche Drachen, Löwen und Wölfe sichtbar. Hätte ich doch diese Taschenlampe nicht bei mir gehabt, ich hätte diese Schrecken nicht gesehen, sagte ich mir. Wann immer ich auch meine Lampe irgendwo hinrichtete, überliefen mich von dort diese Schrecken. Oh Gott, sagte ich, diese Lampe ist das Unglück, über meinem Haupte. Ich war auf sie böse. Ich schleuderte die Taschenlampe zu Boden, zerbrach sie. Als hätte ich mit ihrer Zerstörung den Schalter zur großen elektrischen Lampe der Beleuchtung der Welt bedient, würde plötzlich die Finsternis vernichtet. Und alles wurde von dem Nichte dieses Scheinwerfers erfüllt. Die Wirklichkeit aller Dinge wurde mir gezeigt. Ich sah, die Brücke, welche ich erblickt hatte, war eine Straße durch eine Ebene in einer wohlgepflegten Gegend. Und ich bemerkte, das große Grabmal, das ich zu meiner Rechten gesehen hatte, war von Anfang an ein Versammlungsplatz für Anbetung, Gottesdienst, Gespräch und Gottesgedenken, unter der Führung erleuchteter Menschen in einem schönen grünen Garten gewesen. Und das, was ich zu meiner Linken für Bergesgipfel und Abgründe, erfüllt von Stürmen und Umruhen, gehalten hatte, erwies sich mir in meiner inneren Schau als ein gewaltiges Festmahl, ein schöner Park, ein erhabener Aufenthaltsort zur Erquickung der Seelen hinter schönen, lieblichen, reizvollen Bergen. Und ich sah, dass jene Geschöpfe, die ich fürchterliche Wölfe und Drachen gehalten hatte, friedliche Haustiere waren wie Kamele, Rinder, Schäfe und Ziegen. Alhamdulillahi ala nuri al-Iman, sagte ich. Allah ala Lobpreis und Dank sei Allah für das Licht des Glaubens, zitierte die Aya. Allahu aliyyul ladhina amanu yukhridjuhum mina ulamati ilan nur. Und so erwarte ich aus dem Gesicht, dass ich erschaut hatte. Allah ist der Freund der Gläubigen und führt sie aus der Finsternis in das Licht. So sind also diese beiden Berge Anfang und Ende des Lebens. Das heißt, die irdische Welt und die Schattenwelt. Was die Brücke betrifft, so ist sie der Weg des Lebens. Ihre rechte Seite aber Vergangenheit, ihre linke die Zukunft. Die Taschenlampe ist das menschliche Ego. Das in seiner Selbstgefälligkeit dem eigenen Wissen vertraut und nicht auf die Offenbarung des Himmels hört. Was mir wie Wölfe erschien, sind die staunenswerten Gebilde und Ereignisse in den Schöpfungen.